Koyo Kuo ist die Gewinnerin des Primäret Oppenheim 2020. Sie ist eine Kunstproduzentin, eine Kuratorin und zurzeit die Direktorin des Museums für zeitgenössische Kunst in Kapstadt. Sie ist definitiv eine der wichtigsten Figuren in der zeitgenössischen Kunstwelt, als Vermittlerin und als Kuratorin international tätig und seit vielen, vielen Jahren sehr einflussreich und auch als Gründerin von Institutionen bekannt, als unermüdliche Botschafterin für Kunst, die sich politisch engagiert und als wahnsinnige herzliche und großzügige Person. Die Praxis von Koyo Kuo zeignet sich durch das Interesse an Infrastrukturen aus, indem sie zum Beispiel mit der Raw Material Company in Dakar einen Kunstort, eine Kunstinstitution gegründet hat, die wirklich als Modell für ein neues Denken denken und machen in Sachen Kunst auf dem afrikanischen Kontinent. Dadurch sind sehr viele Leute gekommen und eine ganze Generation an Kunstschaffenden beeinflusst und ein neues Denken entstanden. Und ein neues Denken und neues Wissen, das erlaubt ganz tief die Welt und die Kunstwelt zu verändern. Interessant ist auch die Tatsache, dass Koyo Kuo eine holistische Vision vom Schaffen hat, einen ganzheitlichen Ansatz, wo Kunst, Zusammensein, Kochen, Lachen, Tanzen, Politik machen oder Autoreparieren alles zusammengehört und alles auf dem gleichen Niveau gesetzt werden soll. In diesem Sinn tut sie Kunst in Mitte vom Leben setzen und das ist für uns allen eine grosse Lehre.